Das Coole an meinem Lehrbetrieb ist, dass sie Rücksicht auf uns Lernenden nehmen und dass sie für uns da sind, wenn wir etwas brauchen. Hallo zusammen, ich bin Bianca Baumann, ich bin Malerin bei der Max-Schweizer-AG im zweiten Lehrjahr und zeige euch einen Einblick in meinen Berufsalltag. Die Appenzierung gehört zu den Aufgaben eines Malers. Ich appenziere sehr gerne, weil ich stolz um das Endresultat anschauen kann und weil die Zeit schneller vergeht. Wenn du Malerin oder Maler werden willst, dann musst du Interesse zeigen, Motivation haben, Einsatz bringen und gerne mit den Händen arbeiten. Streichen ist für mich das Highlight des Tages. Am besten gefällt es mir, wenn es ganz spezielle Farben sind und es somit auch Abwechslung gibt. Wenn ihr meinen Alltag cool gefunden habt, dann bewerben euch doch jetzt.